In diesem Video wollen wir einen stimmungsvollen, braunen Look in Photoshop erstellen. Viel Spaß mit dem Tutorial. Wir wollen diesen Moody Brown Look auf diesem Bild hier anwenden. Das Bild ist wie immer verlinkt in der Videobeschreibung und wir starten direkt damit, dass wir in unsere Ebenen reinschauen, auf die Einstellungsebenen gehen und hier den Kanalmixer aufrufen. Im Kanalmixer wollen wir jetzt folgende Einstellung treffen. Wir sehen die Eigenschaften hier eingeblendet und wir sind im Ausgabekanal rot und stellen das Ganze folgendermaßen ein. Wir nehmen den Rotwert runter auf 0%. Den Grünwert erhöhen wir auf den Maximalwert von 200% und Blau reduzieren wir auf minus 100%. Damit kriegen wir diesen Look für das Bild, der schon sehr stark in die Richtung geht, in die wir ja hinwollen. Wenn wir allerdings jetzt auf das Bild mal genau achten, dann sehen wir, dass farblich das Ganze nicht so gut passt, denn einige Farben wirken hier sehr entzettigt. Vor allem die Hauttöne hier, wenn man sich das genauer anschaut. Deswegen ist es jetzt wichtig, dass wir für diese Einstellungsebene hier den Mischmodus umstellen und zwar auf Aufhellen. Wenn wir jetzt nämlich auf Aufhellen gehen, dann siehst du, wirken die Farben hier alle wieder natürlich. Wir haben aber trotzdem diesen orangenen, braunen Look für den Rest des Bildes. Das hat also soweit schon mal gut funktioniert. Hier siehst du direkt schon mal den Unterschied. Zu diesem Look gehört aber auch, dass der Kontrast so ein bisschen verstärkt wird, dass vor allem die Tiefen eben noch verstärkt werden. Und dazu können wir so vorgehen, dass wir diese Einstellungsebene hier anklicken, mit STRG-J eine Kopie davon anfertigen. Und diese Kopie, die stellen wir wieder im Mischmodus um, und zwar diesmal auf Weiches Licht. Wenn wir hier auf Weiches Licht gehen, dann siehst du, was das ausmacht. Wir kriegen hier richtig kräftige, dunkle Töne. Schon ein wenig zu stark für dieses Bild. Deshalb würde ich auch sagen, dass wir für diese Ebene die Deckkraft reduzieren. Etwa auf 50 Prozent. Wobei du das natürlich von Bild zu Bild auch so einstellen kannst, wie es dir dann am besten gefällt. Im Großen und Ganzen haben wir den Look damit schon erreicht. Wir kommen jetzt zum Abschluss nur noch dazu, dass wir so eine dezente Feinabstimmung machen wollen. Und zwar gehen wir nochmal auf die Einstellungsebenen und wollen diesmal die selektive Farbkorrektur aufrufen. Die finden wir hier unten. Selektive Farbkorrektur. Auch hier sind wir wieder in den Rottönen drin. Und gehen diesmal so vor, dass wir Magenta erhöhen auf 10 Prozent. Gelb auch erhöhen auf 10 Prozent. Zian nehmen wir raus auf minus 20 Prozent etwa. Und dann können wir den Schwarzwert noch erhöhen auf 5 Prozent ungefähr. Diese Einstellung sorgt einfach dafür, dass wir nochmal so ein bisschen wärmere Töne erzielen. Ein bisschen kräftigere, wärmere Farben. Du siehst hier den feinen Unterschied. Wir gehen ein bisschen mehr weg von diesem gelblichen Look. Mehr in einen orange-rötlichen, braunen Look, den wir ja auch haben wollen. Damit wäre es das aber. Das hier ist dieser stimmungsvolle braune Look, den wir haben wollten. Wenn wir die Alt-Taste gedrückt halten und auf das Auge des Hintergrundbildes draufklicken, dann sehen wir hier das Originalbild und das überarbeitete Bild. Ein ziemlich cooles Ergebnis und vor allem auch richtig schnell gemacht das Ganze. Aus diesen Anpassungen, die wir hier erzeugt haben, können wir jetzt natürlich auch eine LAT-Datei machen, um das zukünftig ganz schnell auf andere Bilder zu übertragen. Das geht, indem wir oben links auf Datei gehen, hier auf Exportieren und dann auf Color Lookup-Tabellen. Wir können hier das Format wählen, die Qualität einstellen, würde ich einfach alles auf den Standard werten lassen und dann auf OK drücken. Anschließend speichert ihr euch das Ganze ab, sodass ihr es wiederfindet und benennt das natürlich. Wenn wir jetzt auf Speichern drücken, dann haben wir die LAT-Datei abgespeichert, können jetzt einfach auf andere Bilder draufgehen, können hier die Einstellungsebenen öffnen, hier auf Color Lookup gehen, 3D-LAT laden in den Eigenschaften, hier oben nochmal 3D-LAT laden aufrufen und wenn wir aus unseren Dateien dann diese LAT-Datei aufrufen, dann können wir somit ganz schnell den erstellten Look hier, wie du siehst, auf andere Bilder übertragen. Und hier siehst du einfach mal, wie unterschiedlich dieser Look sich dann auswirken kann, je nachdem, wie natürlich die Ausgangsfarben im Bild sind. Du siehst, hier hatten wir viel hellere, kräftige Farben. Dementsprechend ist das auch so ein richtiges herbstliches Leuchten geworden in diesem Bild beispielsweise und genauso kann das dann aber auch in anderen, plasseren Bildern wie hier wieder ganz anders aussehen. Das ist auf jeden Fall ein sehr interessanter Look, der auch ziemlich beliebt ist und so einfach kannst du ihn erstellen. Ich hoffe, dass es verständlich erklärt war. Wenn du mehr über Photoshop lernen möchtest, schau gerne in die Videobeschreibung, da ist mein ausführlicher Komplettkurs verlinkt und dann hoffe ich, dass wir uns bald mal wiederhören in einem meiner nächsten Videos.